Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sexy Parsecs. Um das gleich vorweg zu nehmen, das hier ist eine Modebrille. Ich wollte mal gucken, wie es bei mir aussieht, wenn ich eine Brille in einem Video trage, weil ich mir vielleicht mal eine Blaulichtfilterbrille kaufen wollte und deswegen habe ich gedacht, warum nicht. Wir spielen mal wieder Sexy Parsecs. Eigentlich wollte ich heute Paint the Town Red aufnehmen und Bigfoot, aber Nanos krank geworden. Und deswegen müssen wir uns wohl mit Sexy Parsecs zufrieden geben, was, denke ich, aber kein Problem ist, weil das Spiel auch ziemlich Spaß macht, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir werden wieder den normalen Modus spielen. Wollen wir heute mal jemand anderes als Captain nehmen, ist die Frage. Ich würde persönlich mal gerne... Oh, gute Frage. Es ist eine gute Auswahl, sage ich mal. Es ist halt, Sexy Parsecs hat man halt nur so Ted und Dolores und hier hat man... Ich denke, wir gehen hier einfach mal eine Reihenfolge durch, okay? Holen wir also sie... Guck mal, jetzt spielen wir die, die wir in der letzten Folge komplett vergessen haben. Ich denke, das ist auch mal ganz fair an der Stelle dann. Ich hoffe, wir kriegen am Anfang genug Loot. Wie viele Tage haben wir in der letzten Folge überlebt? Ich glaube, ähm... 40? Irgendwas mit 40 war es, glaube ich. Okay. Wir sollten uns mal wieder schnell, so schnell wie möglich umgucken, ob wir irgendwas Nices finden. Okay, ich würde sagen, hier fangen wir an. Hier haben wir eine Batterie und Emmett. Ich weiß nicht, ob wir beides gleich mitnehmen können, aber... Nein, natürlich nicht. Oh, das ist ein ganz doofer Start an der Stelle. Das ist gar nicht gut. Okay, Essen. Essen ist wichtig. Keine Ahnung, wofür die Socke jetzt gut ist, aber ich denke mal für den mentalen Zustand oder so. Keine Ahnung. Äh, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Das Teil nehmen wir mit. Äh, ein bisschen Panzertape. Oh Gott. Zeit vergeht so schnell. Es ist immer wieder so... Emmett, dich nehmen wir mit. Äh... Oh, da kommen wir gar nicht... Oh Gott, das ist richtig kacke. Ich hasse den Raum da hinten. Kommt da super schlecht rein. Äh, können wir ihn mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Der wiegt gefühlt 50 Kilo. Äh, 50? Hä? Das ist laberig. 50 wäre voll wenig. Äh, der wiegt gefühlt 120 Kilo. Drei... Drei Plätze. Der muss uns dann aber auch schon was gut bringen, ne? Also... Oh nee, das riskiere ich nicht mehr. Oder? 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 Nee, da ist zu wenig in der Nähe. Ah, okay. Ich denke, wir werden die Zeit hier abwarten. Und wir haben gar nicht mal so viel bekommen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war gar nicht mal so gut. Und so explodiert mal wieder unser Raumschiff. Und wir... Wir haben nur... Nee, wir haben zwei Passagiere. Ich habe gerade gedacht, wir haben nur einen, ne? Ich war so, what? Aber nein, wir haben tatsächlich Emmett und, ähm... Baby hieß, glaube ich, der andere, ne? Baby und Emmett. Ich denke, wir haben eine starke... Also wir haben jemanden starkes, jemanden schlaues. Und ich weiß nicht, ob die, die Kaffee trinkt, schnell ist. Ich glaube, das war ein schneller Charakter. Also an sich sind wir gut gebalanced, könnte man sagen. Aber ich, äh, ich weiß es nicht. Oder sind wir schon, äh, auf dem Raumschiff angekommen? Äh, Baby Bronco hieß er, genau. Koffeinschub. Na super. So, mal gucken. Ist sie denn schnell? Das wird nicht gesagt, okay. Zwei Suppen haben wir hier noch gefunden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich würde sagen, äh, wir müssen wieder eine Rede führen. Und ich hatte recht, Schnelligkeit. Ich glaube, Schnelligkeit ist actually eine Sache, die am schlechtesten ist vorzutragen. Weil bei Schlauheit, da kann man so sagen, ja, ich werde dieses Team anführen, als ein sehr schlauer, äh, Teamkamerad. Und bei Stärke kann man übrigens sagen, ja, wir, wir, wir kriegen das hin und wir sind alle stark beieinander. Und bei Schnelligkeit ist halt so, äh, Leute, also wir müssen jetzt richtig, deswegen, aber das kann ich halt am besten. Und daher, na gut. Von daher finde ich, ist das, glaube ich, ganz okay. So. Eine Ablandung über das Gerät. Ja, okay, okay. Also war aber okay die Rede, denke ich. Käppen ist äußert sich, ähm, ist äußert sich wichtig. Alle an Bord gut zu ernähren. Eine Portion köstlicher Dosen. Suppen reicht aus, um einen Menschen einige Tage lang zu ernähren. Ich bezweifle, dass wir hier im All andere nützliche Ration finden werden. Deshalb ist es wichtig, genau darauf zu achten, wie viel noch im Lager ist. Zumindest, okay, also jetzt sollen wir jemanden gucken, der eine Routineüberprüfung macht. Ich denke, Emmett ist dafür ganz gut geeignet, an der Stelle. Baby Bronco können wir halt fast nichts machen lassen, was halt alles andere außer Stärke enthält. Zwei Suppen gefunden. Ey, es läuft ganz gut. Und ich glaube, wir müssen sie nur alle acht oder zehn Tage füttern. Das weiß ich aber nicht mehr ganz. Das haben wir in der letzten Folge herausgefunden. Käppen, du hast deine Mundhygiene vernachlässigt und deine Zähne viel zu lange nicht geputzt. Ich sage dir jetzt, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz, äh, weh. Und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Wie es das Protokoll vorsieht? Wurden die nötigen Werkzeuge automatisch ausgegeben? Ein Stück Faden und eine Flasche. Narkonitum, äh, Narkonitum, nehme ich an. Auf der Flasche ist das Astro-Bürger-Logo und jemand hat Narkonicum per Hand darauf geschrieben. Brauchst du einen Assistenten für die Prozedur? Ich würde jetzt sagen, Baby Bronco kann den Zahn halt so mega rausziehen. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das lieber Emmett machen lassen. Ich glaube, da geht damit ein bisschen mehr Feingefühl ran als Baby Bronco. Nichts gegen dich, Baby Bronco, okay? Nichts gegen dich. Ich hab, ich hab nichts gegen den Jungen. Ist Baby Bronco wirklich so dumm, wie er ist? Das werden wir ja wahrscheinlich heute rausfinden. Vielleicht ist er auch mega schlau, aber einfach nur schüchtern, wer weiß, ne? Captain, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass die Luftschleuse erfolgreich als Weltraumtoilette verwenden werden kann. Sie ist nun voll und kann in dem Weltraum entleert werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schleusenklappe blockiert ist und wenn sie nicht bald repariert, äh, wenn du die nicht bald reparierst, wird unsere verstopfte Toilette schnell zur Vernichtung der Menschheit führen. Jetzt oder nie, Captain? Okay. Ja, dann. Dann werde ich mal, wo die Toilette reparieren. Das ist, denke ich, ähm... Das ist super. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, das Klebeband hat uns gerettet. Oh, Captain, es scheint da ein Fehler, Fehler. Ich bin kaputt. Bitte reparier mich. Systemfehler. Gott, handeln. Oh Gott. Bitte, Captain, tu etwas. Tu etwas. Ähm, intelligent. Oh, das ist halt kacke. Wir haben so selten irgendwas mit Schnelligkeit bisher gehabt. Das ist eigentlich voll unnütz, der Charakter. Kann das sein? Haben wir es geschafft? Guten Morgen, Captain. Okay. Es geht also noch. Captain, das ist erstaunlich. Die Scanner haben einen Behälter aufgeschüttet, der in unserer Nähe durch den Weltraum schwebt. Was da wohl drin ist? Was nun, Captain? Sollen wir versuchen... Ja, warum nicht, ne? Kann natürlich jetzt auch sehr viel schief gehen, ne? Ich weiß es nicht. Kann jetzt auch richtig kacke sein. Ah, das werden wir herausfinden dann. Oh Mann, die hungern alle schon mega. Okay. An Bord. 3, 2, 1. Sieh doch mal. Es ist etwas im Behälter. Ein Licht. Es blinkt. Und da piept was. Oh no. Oh Gott. Tja, das war wohl ne Bombe. Ui, du hast dein Hologrammschachbrett an Bord gefunden. Wie, du hast noch nie etwas von Hologrammschach gehört. Okay, das kennen wir schon. Äh, da gehen wir jetzt mit Schnelligkeit vor. Weil immer mit den Stärken wir Schach spielen, okay? Warte mal. Am verhungern, am verhungern. Emmett geht tatsächlich erstaunlicherweise ziemlich gut. Aber dem geht es irgendwie immer gut. Der isst gar nicht mal so viel. Eigentlich bester Captain, den man haben kann. Schlau und isst wenig. Das ist eigentlich voll schlau, den mitzunehmen. Bordwörtlich. Oh, jetzt ist aber Emmett am Hungern. Du hast mich geschlagen im Schach. Tja. Na, dann kriegt er jetzt mal was zu essen. Baby Bronco kriegt gerade schon seinen Bart. Und Emmett tatsächlich auch. Frachtoffizier wachsam. Okay. Weltraumreisen können öde sein. Aber es gibt zum Glück Unmengen der Möglichkeiten, um den Spaß im Weltall zu verbringen. Ja, wir haben leider nichts. Dumme Leute. Wird heute nicht gespielt. Wird heute nicht gespielt. Tut mir aufrichtig leid, aber ihr habt euer Langeweile-Tag erwischt an dem Punkt. Das ist ein bisschen öde, nicht wahr? Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beibehalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein. Oder noch viel schlimmer, eine Art von der Sowjets. Oh, nicht schon wieder Sowjets. Wir müssen Signale schnell wie möglich entschlüsseln. Ja, Emmett halt, ne? Emmett ist, denke ich, ganz gut mit dem Schlüsseln. Der war bestimmt mal Schlüsseldienst. Damn. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich gerade ein bisschen, der Emmett. Man macht einfach den Blick. I mean, ich... Ich weiß ja nicht. Ich würde ja auch die ganze Zeit so gucken, wenn ich das... Oh Gott. Oh no. Emmett, komm zur Ruhe. Also, diese Nacht beginnt gerade. Interessant zu werden. Achso, interessant zu werden. Du wirst von einem Albtraum geweckt, während deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Bemerkst du plötzlich, dass du nicht allein bist. Du erkennst eine Gestalt in dem Schatten. Ja, kann ich leider nichts machen gegen. Dann sagt der Gestalt einmal Hallo und dann gehst du wieder ins Bett. Hallo. Tag 11. Es ist tatsächlich schon wieder... Es ist tatsächlich schon wieder ein bisschen am Hungern, sind die beiden. Ich will mal gucken. Warte mal. Also müssen die alle sieben Tage oder sechs. Sechs Tage wahrscheinlich, ne? Die können doch noch einen Tag aushalten. Ich habe einen Fehler in meinem System, Captain. Ich habe keine Ahnung, wer meinen Code verändert hat. Aber die Konsequenzen können verheerend sein. Du musst meine Gehäuse hinten öffnen und Notfallreparatur durchführen. Oh ja, wir müssen halt Schnelligkeit machen. Oh, das ist so unnütz. Oh, Schnelligkeit sackt richtig bei solchen Aufgaben. Weil wir werden richtig alles kaputt machen, wenn wir zu schnell handeln. Das ist ja richtig kacke. Oh Gott. Ähm, die halten noch einen Tag durch, denke ich. Schätze ich mal. Captain, wir bewegen uns nicht mehr. Ein Roboter hat uns fixiert. Ich übertrage seine Nachricht auf den Hauptbildschirm. Möchtest du im Universum Gutes tun? Die Pflaumenschuppen brauchen deine Hilfe. Ein Bild von einem Tier. Höchstwahrscheinlich eine Pflaumenschuppe. Was? Er streckt sich über den Bildschirm. Es ist eine Mischung aus einem Wildschwein, einer Schlange und einem überfahrenen Tier. Das schräge Wesen sieht dich erwartungsvoll an. Seit ihre Meister ausgestorben sind, leiden die Pflaumenschuppen unter Freiheit. Die sind daran nicht gewöhnt und stehen kurz vor dem Aussterben. Spenden sie Suppe und den armen Pflaumenschuppen. Mehr als eine Dose ist gar nicht nötig. Dann werde ich das Schiff dankbar fliegen lassen. Was sollen wir tun, Captain? Ja, gib ja ruhig eine Suppe. Ist okay. Ich meine, wir haben tatsächlich gar nicht so viel Suppe, aber müssen wir halt jetzt tun, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht meine Pflicht jetzt gewesen. Die sehen alle noch ziemlich okay aus, so. Also ich habe das Gefühl, die... Können doch bis Tag 15 ohne Essen überleben. Ich meine, guck dir mal Emmett an. Der ist fucking glücklich. Warte, was steht da? Loyal, okay. Dann wiederum... Wir haben halt auch nicht mehr viel Suppe, ne? Die können jetzt auch nur noch drei Tage. Gott. Mal sehen. Gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das war rum... Nicht zur Sache. Aber pass auf. Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Ja, let's go. Mach den auf. Oder repariert den und macht den auf oder so. Keine Ahnung, was ihr mit dem Kleb... Mit dem Dings vorholfen wollt. Aber okay, macht's einfach. Mehr Suppen! Eine. Okay. Naja, damit gebe ich mich zufrieden. Einen Tag halten die noch raus. Käpt'n, da stimmt was nicht. Ich verzeichne unkontrollierte Energieschübe im Herstellungsmodul. Ich kann sie nicht unterbinden. Damit ist es kein Unfall. Das ist eine Sabotage. Jemand muss sofort reparieren gehen, ja, Emmett. Emmett, reparier es bitte. Emmett, geh raus da und reparier die Sache. So, und jetzt gibt's Essen. Guck, so sehen die nämlich aus, wenn die, glaube ich, Essen brauchen dann letztendlich. Dann sind die ziemlich gammelig. Warte. Erstmal, gibt's jetzt was zu essen? So, krass, dass ich eine ganze Suppe einnehme, ne? Oh, das ist ein Planet. Yo. Das ist sick. Das ist sick. Das gefällt mir. Ma'am, etwas riesiges ist auf unseren Scannern aufgetaucht. Ein finsterer Planet mit tausendem Himmel liegt direkt auf unserem Weg. Er wird von einem immensen Unwetterheim gesucht, aber unter den dunklen Wolken konnte meine Scannerwage, Wade? Waage? Und unklare Wärmesignaturen und mehrere Bauten aufspülen. Selbst eine Welt voller Donner ist vermütlich, äh, vermütlich? Okay, vermutlich. Also, steht da ja auch. Ich war ver perpetuieren. Vermutlich eine Verbesserung gegenüber diesem Irrsinn, leerem Raum. Äh, leeren Vakuum. Soll ich das Landeprotokoll... Ja, komm, lass landen. Let's go! Let's go! Schaffen wir das? Ich hab da Bock drauf, auf dem Planet zu landen. Yo, sick. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Das liebe ich halt an dem Teil. Und Emmett macht wieder den Blick. Okay, nuklearer Planet auf jeden Fall. Das sieht aber schon cool aus, meint ihr nicht? Das sieht schon cool aus. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihm nichts anfangen können. Shit, wir können jetzt machen. Boah, aber ohne Scheiß, der Planet sieht mega cool aus. Weiß nicht, würdet ihr da wohnen? Würdet ihr da gerne wohnen? Ich wäre mir unsicher. Es ist halt mit viel Strahlung, ne? Captain, ein Besatzungsmitglied hat herausgefunden, dass ganz in der Nähe eine andere adrige blaue Frucht aus dem Riss im Boden wächst. Sie pulsiert leicht. Sollte jemand die Frucht probieren? Ja, wenn schon einer, dann dann Baby Bronco. Dann macht er sich nämlich auch mal nützlich. Sorry, Baby Bronco, aber es ist anscheinend deine Aufgabe, jetzt hier Sachen zu probieren. Nicht der schlechteste Job. Das ist ein Versuch wert, eine kleine Frucht in der Nähe des Schiffes zu probieren und sofort strecke. Warte, jedoch verwandelte sich genauso der Blick in seinem Gesicht als seine Zähne. Die Frucht in einem blanken Horror. Die andere Hälfte der Frucht war voller wieder einer lila Würmer. Sind das meine Würmer? Ich glaube, der war jetzt ja gar nicht mal so. Er ist ein bisschen enttäuscht davon gewesen. Kann das sein? Ah, sieht schon cool aus da draußen. Doch, muss man schon sagen. Wir haben eine geringfügige technische Probleme mit der Kommunikationskonsole. Anders ausgedrückt, wir sind völlig taub und blind. Ich kann den Ursprung der Fehlerfunktion nicht lokalisieren, aber ich erfasse ein zunehmend schnelleres Tonsignal, Captain. Das ist eine Bombe! Der Zähler wird bald ablaufen sein. Unternehmt etwas, Captain. Ja, dann zieh die Schutzweste an. Oder legt sie rauf, so gesehen. Weil nicht, dass unser Schiff hat explodiert. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Okay, die wurde zerrissen. Ist okay. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Doch es könnte unangenehm werden. Donner, Blitz, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Ich würde die Bewegung des Gewitters gerne die Nacht über beobachten. Doch dafür müsste ich meine Sensoren auf Batteriebetrieb stellen. Da es nicht ratsam ist, den Hauptgenerator während eines Gewitters laufen zu lassen. Ja, mach das mal. Das ist, glaube ich, ganz interessant tatsächlich. Oh. So, heute gibt es wieder Essen. Oh, dass irgendwas nicht Gutes passiert, oder? Ja, aber gut. Ein paar Kabel fehlen da definitiv, würde ich behaupten. Oh, shit. Einfach hungern, schwach. Wir haben kein Essen mehr, ne? Baby Bronco braucht, denke ich mal, am meisten und Emmett am wenigsten, ne? Da muss Emmett erst mal überleben, so. Wir empfangen ein Signal, Ma'am. Es hört sich an wie eine eine schmierige, freie Version des Morse-Codes an. Das Signal wird schwächer, Captain. Möchtest du noch schnell was... Ja, können wir halt nicht, ne? Das ist schwierig. Ich hoffe, Emmett geht nicht drauf, ne? Aber der kann eigentlich immer am längsten überleben, ohne Essen. Je nachdem hoffe ich mal auf ihn. Emmett, wir glauben mal an dich. Captain, wir können auch immer keine Übertragungen empfangen. Ich schlage vor, dass du einen Weg findest, die Kommunikationskonsole zu reparieren. Sonst können wir hier für immer feststecken. Wir können ein... Ja, wir haben nichts. Jemand muss mal rausgehen und irgendwas suchen. Keine Ahnung. Wir können doch nicht erwarten, dass im Schiff noch irgendwie Sachen rumliegen. Das passiert doch nicht. Captain, es ist Zeit, das Kühlwasser unseres fabelhaften Mini-Reaktors für Astro-Bürger zu wechseln. Diese prächtige Maschine benötigt nur zwei Dritte unseres Lagerraums. Ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? Oh, ich weiß nicht, ob wir das überleben sollen. Jetzt haben wir... Wir haben halt nichts mehr, ne? Ähm... Ähm... Also... Kann nichts sagen so, aber... Ich hab das Gefühl, dass er auf einmal ein verräterischer Kommunist ist. Was zur Hölle? Emmett, was machst du, Captain? Das Besatzungsmitglied... Alice... Alice verstört gegen... Die Regel... Wer war das? Emmett, was machst du? Captain... Das... Achso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh... Die Socke. Bitte. Ich hoffe, die Socke bringt ihn zum Guten. Bitte, bitte. Emmett, komm wieder bei Sinne. Er ist abgehauen und hat irgendwen infiziert. Kapitalismus gegen Kommunismus. Du hattest dich entschlossen, ihn ohne Hilfe bestehen zu können. Gemeinsam mit der Sockensuppe... Sockenpuppe auf einer Hand konntest du den Kopf von Emmett mit dem Pferdeäpfel-Theorie und Spar... Oh Gott, oh Gott. Er ist einfach abgehauen jetzt. Und wir sind... Wir sind... Krank. Geil! Das läuft ja richtig gut, muss ich sagen. Ich bin richtig stolz. Hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut, Käpt'n? Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass du einen Ausschlag zu haben scheinst. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber wir können nicht ausschließen, dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich würde dir wärmstens empfehlen, etwas gegen den Ausschlag zu unternehmen. Ich schwöre, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Es geht wirklich nicht darum, wie komisch du gerade aussiehst. Finde ich frech. Na gut. Schlimm ist, die Überleben nicht mehr lang, ne? Die Überleben halt nicht mehr lange. Wir brauchen halt unbedingt Essen. Wir können nichts machen. Käpt'n, das Kommunikationsmodul ist immer noch kaputt. Somit sind wir absolut taub, wenn nicht sogar blind. Ja, aber wir können ja nichts tun. Was soll ich machen? Sag mir doch, was ich machen soll. Dust to Dust. Irgendwer ist schon wieder... Mist. Das ist scheiße gelaufen. Das ist richtig scheiße geworden. Also das war gar nicht gut. Absolut nicht. Gestorben. Nur 26 Tage überlebt. Gut. Cool. Das war tatsächlich gar nicht mal so erfolgreich, muss ich sagen. Also, wirklich nicht erfolgreich. Aber na gut, dann würde ich sagen, das war wohl jetzt heute mal eine ziemlich kürzere Folge. Das war nicht geplant oder so. Ich meine, wie soll ich sowas durchplanen? Aber auf jeden Fall, ich sag's euch, nächstes Mal, wenn wir auf einem Planeten landen, dann werde ich Baby Bronco rausschicken und der soll jede Suppe mitnehmen, die er findet, okay? Wenn das eine Möglichkeit ist, aber auch nur. Aber na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, das nächste Mal werden wir definitiv länger überleben. Jetzt weiß ich ja, dass wir schon mal den Käpt'n nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, Ellie hieß sie, glaube ich. Ellie werden wir nicht mehr nehmen. Wir nehmen das nächste Mal wieder Emmett, denke ich, oder wir machen halt chronologisch weiter mit den anderen Charaktern, wenn man das chronologisch lernen darf. Ja, und ich würde sagen, lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen Tag und macht nicht den gleichen Fehler wie ich und verreckt auf einem super unbekannten Planeten, der nuklear befüllt ist. Ciao, ciao!